Hallo und herzlich willkommen zu einem let's play von minecraft ich zocke mario party und denke mal wir gehen gleich mal rauf auf dem desktop es sind noch sieben fünf vier drei zwei eins gut ich habe mir entschieden mal nicht mehr youtubers live zu spielen weil ich habe eigentlich erreicht klar es gibt welche die haben einen goldenen button ansonsten noch erhalten gut aber es hat nicht so richtig spaß gemacht deshalb denke ich mal ein bisschen mario party wird klappen und gleich eine sechs das ist doch super besser kann es nicht starten ja klappt euch alle hier kommt los nicht er will nicht 45 fehler noch schießt das wird natürlich nicht gerade meine manche bisschen also ich bin auch nicht so der minecraft profi oder so das ist leider nicht so aber auch mist ich habe einen erwischt ich habe eigentlich mal einen erwischt ja den habe ich auch erwischt habe ich beide gleichzeitig getroffen oder was und er ist so langsam der hat jemand den erwischt den habe ich auch erwischt ich bin ich bin ich bin nicht der profi hier drin fast hätte ich ihn erwischt ich bin nicht platz 23 also ich bin vorletzter so ein scheiß fail man ich weiß echt nicht der beste da drin was hast du denn ne 1 ja da würde ich auch rausrasten digga hier scheiße weg wollte ich nochmal meine 5 unter der nase reiben aber ich sollte vielleicht nicht so viel davon erzählen weil der nächste zug wird wahrscheinlich auch ne 1 sein oder so ich bin ganz alleine keiner hier so ach das ok das kenne ich auch schon ich habe ja wie gesagt einiges ein bisschen gezockt aber ich bin eben nicht der profi da drin und los geht's ach man wer hätte ich mir weggeschossen wer war das die sind alle so weit weg hier so so der war gut hat er gut gespawnt Mist genau vorbeigelaufen man kritisch kritisch du wolltest auf mich schießen ach man ey das war headshot na komm na komm da ist einer den treffe ich eh nicht aber das war ja sowas von klar ich muss erstmal wieder rumlaufen hier so wen kann ich ja töten ich will einen töten ey der war aber knapp ja alle auf ein genau ist richtig ey das war wenigstens letzter schuss ach man der hätte sowas von getroffen so einen scheiß ey platz 15 tue leider ich immer so viel fluche ist ebenso ich kann es nicht ohne fluchen ne 2 ich habe ja gesagt ich schaff es noch die 1 also das dauert nicht lange und beim nächsten mal ist es die 1 wenigstens bin ich hier alleine kann keiner meine niederlage sehen hier ey jetzt ist ja wieder jemand da hallo 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 was ist mit dir denn los oh schönes wieder draußen ne reisen nach jerusalem ok das ist auch nicht gerade mein spezialgebiet mal gucken ja geht einmal nach da bleibt einmal da dann habe ich mehr hier oh ich hatte die falsche taste gedrückt ey so weiter gehts das ist ja nicht mein spezialgebiet ja genau läuft alle da ein so schon mal runde 2 läuft alle mal woanders hin das ist immer gut hä ach da moment den dritten kriege ich auch noch ja super ich glaube so weit war ich noch nie das ist glaube ich mein highlight hier verdammter mist ja ich bin raus so ein mist hätte ja klappen können aber das finale wollte mich einfach nicht so da hinten ist einer los ja hat er ja erwischt ach wo das war ja nicht erst gegen Finale das war ja schon das Halbfinale dann da 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 uuuu er ist in die falsche Richtung gelaufen hellen ja hauen wir alle vor allem sieger hauen du blickst part 3 ok ja 6 ich dachte jetzt so eine 1 wäre echt nicht gut wer will skypen ja also let's plays mit jemand anders zusammen wäre natürlich glaube ich tausend mal besser weil dann ist es wahrscheinlich nicht so langweilig deine hässliche Oma deine hässliche Oma ja das sind immer die die premium wow haben sie ja richtig Geld hier reingesteckt heiße Kartoffel so ich will die heiße Kartoffel nicht haben ich hör ab wer hat denn die heiße Kartoffel überhaupt ja ähm scheiße ich bin so voll ausgeschieden ah power up ja gut beim nächsten mal geht's besser ich hätte mal mehr auf andere Leute rauflaufen sollen so 4 3 2 1 FINITO ne doch nicht Mann können wir alle jetzt mal hier hier was ist denn hier oben so hätte ich mich irgendwo hier verstecken können ja ich glaube nicht ich hätte mich da oben verstecken hätte können du belegst Platz 19 ne 3 ist wenigstens ok finde ich ne 3 ist ok immer auch besser als ne 201 und was spielen wir gleich ich komme ich bin schon wieder alleine hier keiner ist da noch 29 Felder auch keiner freier Fall das ist nicht gut ich glaube das habe ich doch überhaupt noch gar nicht gehabt oh man jo habe ich schon öfters mal gesehen aber das ist ja mega kompliziert ey ich treffe immer den einen da ne ja ja ich glaube ich komme nicht weiter als fällt hat wir gewonnen das war nicht so mein Spezialgebiet so wie die anderen Games eigentlich alle auch hier 2 danke das bestehe ich natürlich wieder dass es nicht so mein Spiel ist aber es geht um den Spaß und ich es macht Spaß man hat man Glück man hat man nicht kein Glück ich werde wahrscheinlich dann beim nächsten Let's Play vielleicht jemand dabei haben hey hallo hey guten Tag ja ja das kann ich auch hallo so uh ja das ist natürlich ich nicht gerade ernst beim letzten mal bin ich irgendwo klingen geblieben im Spinnennetz volle Konzentration genau hier bin ich gerade letztes mal stecken geblieben so und gleich kommt noch wieder so ein Spezialgebiet wo ich mich mega blamiert habe so Moment das ging das ging und jetzt kommt oh das ist mega schwer nein hey ich hab doch ich hab doch gedrückt man ich hab die Leertaste gedrückt du Penner ja genau daneben gesprungen ja das ist nicht gerade das Beste das Beste ja genau wie wir sind noch 15 Leute hier fliegen gehen alle raus oder was ach man ich glaube ich lass es gleich ich schaff es eh nicht mehr ja ey so schlecht war ich ja noch nie da drin tut mir leid aber ja ja schon wieder durchgesprungen ey das gibt's doch nicht wie oft hab ich das jetzt gebraucht siebenmal? achtmal? gib mir wenigstens ne 5 wenigstens etwas positives aus diesen oh du hättest 2 hier komm her oh ich bin weg ja ok ich finde bei Mario Party ist auch irgendwie kein so richtiges Sound hinterher das ist irgendwie ein bisschen schade finde ich nur so ein bisschen oh ne oh Leute ey das ist echt nicht meine Runde ne das kann ich erst recht nicht Leute ich krieg ja manchmal also mein höchstes war 77% mal genau nein falsch Moment ist alles falsch hier ja einige haben es schon geschafft die sind echt die falsch falsch wie schnell die sind ey es ist ein Diamantschmeerschwert wie sie wissen ja super oh wenigstens 50% über 50% das freut mich wenigstens also wenn ich hier mal irgendwie mal etwas schaffen würde ne dann wäre ich mega glücklich dann wäre ich mega glücklich ja der eine hat es noch schnell geschafft ah jetzt habe ich es verstanden ich hatte fast 80% das war schon mal ok facebook logo machen werbung für facebook hier ist mal alles blau hier rein so da geht eigentlich einer runter hier geht einer so nein das ist falsch ja ich bin abgehauen ich hätte nur noch das und das machen müssen äh es war sehr sehr knapp beim letzten das war auch echt einfach finde ich 4 es hätte auch ein Laie wie ich auch schaffen können na gut bin ich ja gespannt was jetzt gleich kommt und es ist oh geil ich werde zwei Pferde nach vorne geboost ich blick platz sechs das war's wow ich würde sagen ich verabschiede mich platz sechs für das erste mal würde ich sagen mit let's play ist gar nicht so schlecht ich war einfach besser als ich noch nicht aufgenommen habe aber ich bin dran ich übe fleißig hoffe dass ich bei anderen Spielen vielleicht ein bisschen mehr Glück habe würde mich verabschieden wenn dir das let's play gefallen hat dann lass ein Däumchen nach oben nächsten mittwoch kommt das nächste und bitte nicht vergessen und am sonntag kommt mein nächstes vlog also nicht verpassen abonniere mich guck bei twitter oder instagram links sind in der beschreibung ganz gerne reingucken ich verabschiede mich sage auf Wiedersehen Ciao